Ich möchte euch heute gerne berichten über den Meister Lin-Chi und ein paar Einsichten mit euch teilen. Meister Lin-Chi lebte in China zur Zeit der Tang-Dynastie im 9. Jahrhundert nach Christus. Obwohl er einer der bedeutendsten Zen-Meister aller Zeiten war, ist er unter diesem Namen weniger bekannt. Mehr ist er bekannt unter der japanischen Variante seines Namens, nämlich Rinzai. Er ist Begründer der gleichnamigen Schule, die natürlich in China ihren Ursprung hatte, die nach Japan kam und von dort aus in den Westen und hier sehr bekannt geworden ist. Ja, und was das Allerunbekannteste an Lin-Chi ist, diese Rinzai oder von ihm gegründete Lin-Chi-Schule hat auch einen Zweig in Vietnam. Sie wird dort Lam-Tee-Schule genannt. Und unser hochverehrter Lehrer Tai ist ein Nachfahre von Lin-Chi. Er steht in der 42. Generation der Übertragung seit Lin-Chi. Und folgendes Jahr ist ein Buch von Tai rausgekommen, ein Kommentar zu den Unterweisungen von Meister Lin-Chi. Und das Buch ist veröffentlicht unter dem Namen Aufwachen zu dem, der du bist. Und im Grunde genommen stütze ich mich in der heutigen Betrachtung auf dieses Buch. Lin-Chi hatte eine sehr klare, sehr deutliche, oft radikale und sehr fokussierte Art, Senn zu lehren. Wenn wir es auf den ersten Blick betrachten, haben wir den Eindruck, ganz anders als unser Lehrer Tai. Aber wenn wir ein bisschen tiefer schauen, dann werden wir erkennen, dass der gleiche Geist in beiden weht. Ich möchte die verschiedenen Informationen, die es heute noch über Lin-Chi gibt, oder seine Lehre, im Grunde in zwei Kapiteln euch näher bringen. Und also zwei Ansätze, zwei wichtige Ideen von ihm euch näher bringen. Und die erste möchte ich überschreiben mit dem Titel, den Finger nicht mit dem Mond verwechseln. Und die zweite, der beschäftigungslose Mensch, für den es nichts zu tun gibt. Nun, den Finger nicht mit dem Mond verwechseln. Ihr wisst ja, oder die meisten von euch wissen ja, dass die letztendliche Wahrheit und Antworten auf die großen Fragen der Menschheit, dass man die einfach nicht in Worten fassen kann. Es ist nicht möglich. Es ist klar, wenn es die gäbe, Antworten auf die Frage nach dem Leben und dem Tod in zwei Sätzen, dann würden sie schon im Lexikon stehen, wir bräuchten es nur nachschlagen und nicht zu lange suchen. Die letztendliche Wahrheit übersteigt eben alle Begriffe, alles was Menschen je geschaffen haben, alles was Menschen grundsätzlich fassen können. Und was nun der Buddha gemacht hat und all die Lehrer, die in seiner Nachfolge stehen, ist eigentlich immer nur Hinweise zu geben, die uns helfen sollen, die Wahrheit selber zu finden. Vorzugsweise in uns selbst. Denn dort ist sie ja auch zu finden. Das heißt, es verhält sich mit den Lehren vom Buddha und seinen Nachfolgern und der letztendlichen Wahrheit so wie mit dem Mond und dem Finger, der auf den Mond zeigt. Jemand fragt uns, wo ist der Mond? Wir zeigen ihm Finger hin. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der reagieren kann. Er kann auf den Finger schauen und lange über die Geste nachdenken. Oder er kann die Linie vom Finger verfolgen und im Himmel suchen. Dann wird er schon finden. In dem Beispiel klingt es ein bisschen lächerlich, dass jemand sich so lange beim Finger aufhält. Aber in der Tat ist es ein Problem, was immer wieder in der Praxis des Buddhismus auftaucht. Und das war eine Erfahrung, die Lin Chi sehr früh gemacht hat. Er hat selber sehr wohl die Schriften studiert und er hat auch viel Wissen angehäuft. Aber er hat gemerkt, und er hat dieses Wissen verwendet und diese Informationen, eben um seine Einsicht zu vertiefen, Schritt für Schritt zu vertiefen, zu erweitern, klarer zu sehen. Er hat aber bemerkt, dass das bei vielen Mönchen nicht so läuft. Dass sie nur Wissen anhäufen, Informationen anhäufen und dass sich das auf ihr Leben, auf ihr Verständnis, auf ihre Transformation einfach nicht auswirkt. Aber geht es uns nicht auch oft so? Wir lesen dieses oder jenes Buch, lernen diese oder jene Lehre oder Theorie, Gedankengänge, neue Begriffe, ja, finden es unheimlich interessant, fühlen uns angeregt davon. Und schon gehen wir zum Nächsten. Neues Buch, neue Theorien, neue Gedanken. Und so können wir immer weitermachen und genau der gleiche bleiben, den wir waren. Ja, geht es uns nicht oft auch so? Aber die buddhistischen Lehren sind, um es ein anderes Bild zu geben, sind eben Reiseführer. Gerne dürfen wir zunächst einmal den Reiseführer zu Hause lesen, auf unserem Sofa, ganz studieren, unsere Reise planen. Aber den eigentlichen Zweck erfüllt er erst, wenn wir uns auf die Reise machen. Wenn wir uns wirklich auf den Weg machen, das zu sehen, das zu erleben, was dort beschrieben ist. Uns leiten lassen von dem, was wir gelesen haben. Auch den Reiseführer immer wieder konsultieren, wenn wir dann vor Ort sind, uns in Erinnerung rufen. Ja, was gibt es da noch Interessantes zu sehen? Wie findet man das? Was für Erklärungen gibt es? Was für Zusammenhänge gibt es, die ich vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen würde? Ja, dafür sind Reiseführer unglaublich gut. Aber auf die Reise müssen wir uns schon selber machen. Lin Chi sagt dazu, Befreiung und erwachtes Verstehen sind nicht durch das Studium buddhistischer Schriften zu erlangen. Das wäre wie die Hoffnung, frisches Wasser in trockenen Knochen zu entdecken. Und wenn Lin Chi den Eindruck hatte, dass sich ein Schüler mehr mit dem Finger beschäftigte, als dass er den Mond am Himmel suchte, dass er sich mehr mit dem Reiseführer beschäftigte, als mit der Reise, dann fuhr er heftig dazwischen. In dem Buch von Thay sind einige Gespräche zwischen Schüler und Lin Chi wiedergegeben und auch erläutert. Und eine dieser Gespräche nennt man Senngefechte. Und eines davon möchte ich euch zu diesem Thema vorlesen. Ein Mönch trat vor und fragte, was ist die letztendliche Bedeutung des Buddha Dharma? Der Meister stieß einen Schrei aus. Der Mönch verbeugte sich. Der Meister sagte, dieser Mönch hat die Fähigkeit zu sprechen. Ja, das war typisch Lin Chi. Er hat mit Schreien und mit Schlägen gearbeitet, um größtmögliche Klarheit zu erreichen. Ja, natürlich hat Lin Chi sehr wohl seine Antworten angepasst an den Fragenden. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Mönch ins Kloster kommt und die Frage stellt, was ist die letztendliche Bedeutung des Buddha Dharma? Vielleicht hätte er geantwortet, ja, der Buddha hat viele Belehrungen gegeben, die uns helfen sollen, mehr Liebe und Verständnis zu entwickeln. Kann man sagen. Ist mal ganz nett. Ist ganz gut für den Anfang. Ist ein Start. Letztlich aber natürlich trifft es auch nicht. Wie jede Aussage. Das ist halt Reiseführersprache. Und man kann für hundert andere Antworten sich ausdenken zu dem Thema, die alle eine gewisse Berechtigung haben und genauso auch natürlich das Thema nicht erfassen können. Wenn jetzt aber ein erfahrener Mönch diese Frage stellt, dann können wir uns vorstellen, dass Lin Chi ganz anders reagiert. Es stellt sich die Frage, wie kann das sein? Um Gottes Willen, jetzt ist er drei Jahre hier und glaub noch immer, dass es da eine einfache Antwort gibt, die er in seinen Notizblock schreiben kann, auswendig lernen und dann hat er es, die Wahrheit. Ja. Und in dem Fall hat er keine großen Worte gemacht, sondern einfach laut geschrien oder mit Rügel draufgehauen. Der Mönch hat sich verbeugt. Nun, was das heißt, wissen wir nicht. Das entsprach einfach der Konvention. Das wurde von ihm erwartet. Das kann heißen, ja, ja, ich habe mir es eh gedacht, ich wollte nur sicher sein. Natürlich kann es auch heißen, was ist jetzt passiert? Wir wissen es nicht. Der Meister sagte, dieser Mönch hat die Fähigkeit zu sprechen. Ja, das ist das Trostpflaster. Damit will er sagen, vor allem sagt er damit, es ist schon okay, die Frage zu stellen. Das ist ja auch interessant. Also, das Missverständnis könnte jetzt auftauchen, es wäre ein Tabu, die Frage gewesen. Der Schrei ist ja auch wieder mehrdeutig. Alles, was wir Menschen machen. Ja, es hätte ja das Missverständnis aufkommen können, diese Frage ist ein Tabu. Um Gottes Willen, so etwas darfst du nicht stellen. Gut, und mit dem letzten Satz stellt der Meister klar, dieser Mönch hat die Fähigkeit zu sprechen. Okay, klar. Die Frage darf man stellen. Aber die Antwort hat er sich verdient. Ja, das Ganze bedeutet natürlich nicht, dass wir die Schriften nicht studieren sollen, aber wir sollten sie eben als Reiseführer benutzen. Und Lin Chi sagt über seine eigene Geschichte, und es ist auch immer ganz interessant, das Leben kennenzulernen. Er sagt, Freunde, junge Mönche und Nonnen müssen studieren und praktizieren. Als ich jung war, habe ich tagtäglich voller Eifer den Wiener Jahr und gute Umgangsformen studiert. Ich habe geforscht, wollte verstehen und habe zahllose Sutras und Kommentare zu Rate gezogen. Nach einer Weile erkannte ich, dass sie nur in theoretische Begriffe gefasste Mittel waren, um Menschen zu helfen. Da habe ich sie ein für alle Mal weggeworfen, um loszuziehen, um große Meister zu befragen und Meditation zu praktizieren. Glücklicherweise traf ich mir überlegene spirituelle Freunde, so hatte ich also Dharma-Augen, die es mir ermöglichten, klar zu sehen und die großen Lehrer auf dieser Erde zu erkennen, aber auch die, die unecht waren. Diese Einsicht hatte ich nicht von Geburt an, doch sie entwickelte sich durch Polieren, Verfeinern, Schulung, Erfahrung und Erforschung und dann eines Tages brach ich zur Wahrheit durch. Ja, dieses Thema ist ein großes Thema und viele, viele Zen-Gefechte handeln davon. Mit dem Text zu Lin Chi und seiner eigenen Geschichte möchte ich gleich überleiten zum zweiten Teil, zu Lin Chis konstruktiver Anleitung, was wir denn nun tun können auf der Reise, sozusagen seinem Reiseführer. Und ich fange gleich wieder mit einem Zitat an, was wir uns in aller Ruhe anschauen werden, weil es einiger Interpretation bedarf. Lin Chi sagt, meine Einsicht zufolge gibt es nichts, was ihr tun müsstet. Ihr müsst nur als ganz normale Menschen leben. Tragt eure Robe, esst euer Essen. Seid Tag aus, Tag ein, ein Mensch, für den es nichts zu tun gibt. An anderer Stelle nennt er diesen Menschen den beschäftigungslosen Menschen. Da gibt es viele mögliche Missverständnisse. Also, sei Tag ein, Tag aus, ein Mensch, für den es nichts zu tun gibt, heißt nicht, dass dieser Mensch nichts tut. Vielleicht sollte man eher sagen, ein Mensch, der nichts zu tun hat, im Sinne, der nichts tun muss, der in sich nicht den Drang verspürt, etwas zu tun. Denn wie gehen wir denn durch unser Leben? Wenn wir Schüler sind, dann leiden wir unter der Situation als Schüler, vor allem dann als ältere Schüler, schimpfen ständig über die Schule und das, wie es uns dort ergeht und denken uns, ja, aber wenn wir das noch schaffen, wenn wir das Abel in der Tasche haben, dann ist alles gut. Gut, kurz danach kommt die Idee, naja, so gut ist es auch nicht und vielleicht fangen wir dann an zu studieren. Ja, das ist auch nicht leicht. Das hat alles seine Schwierigkeiten und Nachteile, aber wir denken uns, wenn wir fertig sind im Studium, dann haben wir was erreicht. Aber dann kommen wir drauf, dass wir einen Job brauchen, sonst bringt es nicht so viel. Ja, und wenn wir einen Job haben, dann wollen wir eine Familie gründen und wir wollen Kinder haben, wir wollen ein Haus haben und wir denken, wenn die Kinder, ja, und wenn wir dann leiden unter all den Mühen des Daseins als Familienvater oder als Mutter, dann denken wir uns, ja, wenn die Kinder größer sind, dann wird es leichter. Und wenn die Kinder größer sind, dann merken wir, dass es nicht leichter ist und denken, ja, wenn die Kinder, weil für sich selber sorgen können, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann wird es leichter. Und wenn es dann noch nicht leichter ist, dann kommt die ultimative Hoffnung, aber wenn ich in Rente bin, dann wird alles gut. Aber glaubt mir, ein Mensch, der so durchs Leben geht, der wird auch in der Rente keine Zeit haben. Wir rennen immer hinter etwas her. Wir verhalten uns wie ein Mensch, der glaubt, dass das Glück hinter der nächsten Kurve liegt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es einem Menschen geht auf der Landstraße, der glaubt, dass das Glück hinter der nächsten Kurve ist? Bald ist er hinter der nächsten Kurve. Aber was macht er dann? Er geht hinter die nächste Kurve. So kann er Millionen von Jahren irren. Tai sagt, es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass alle Voraussetzungen für unser Glück jetzt in diesem Augenblick schon da sind. Nun, also wir sind Menschen, die ständig etwas tun müssen. Wir glauben, wir müssen etwas tun, damit es gut wird, damit es besser wird. Aber ein Mensch, der nichts mehr zu tun hat, der nichts mehr tun muss, der ist frei. Ein Mensch, der nichts mehr tun muss, der ist frei, das zu tun, was angemessen ist, gerade in der Situation, in der er gerade ist. Ein Mensch, der nichts mehr zu tun hat, der ist frei, die Wunder des Lebens zu sehen und frei, den wahren Menschen in sich selbst zu erkennen. Die wahre Natur oder auch die Buddha-Natur, so wie wir sagen. Wir denken jetzt vielleicht, ja, das ist alles, so leicht ist es. Das reicht. Linci sagt dazu, warum sind Menschen in unserer Zeit nicht in der Lage, die Früchte der Übung zu realisieren? Es ist so, weil sie nicht über die Tugend des Selbstvertrauens verfügen. Weil sie nicht über die Tugend des Selbstvertrauens verfügen, sind sie ständig beschäftigt, haben es eilig, Millionen Arten von Objekten außerhalb ihrer selbst hinterher zu laufen. Und dann werden sie von diesen Objekten im Kreis herumgeführt und verlieren all ihre Freiheit. Wenn ihr imstande seid, dem Denken, das hinter äußeren Objekten hier jagt, ein Ende zu machen, dann werdet ihr erkennen, dass es keinen Unterschied zwischen euch selbst und unserem Lehrer dem Buddha gibt. Die Buddha-Natur ist unsere wahre Natur. Sie ist nicht nur in uns, wie ein Fremdkörper, der in uns eingepflanzt wurde. Nein, sie ist unsere wahre Natur. Wir sind Buddha. Wir hören immer wieder, dass wir das nicht erkennen und wundern uns, wie kann es sein? Ich bin Buddha und erkenne es nicht. Es ist halt wie mit den Sternen am Tag. Wir schauen in den Himmel und denken, die Sterne sind nicht da. seit die Sonne aufgegangen ist. Aber es stimmt ja nicht. Die Sterne sind natürlich schon da. Nur wenn die Sonne so hell strahlt, dann können wir die Sterne nicht sehen. Und genauso ist es mit unserer wahren Natur. Sie ist da. Natürlich, sie ist unsere wahre Natur. Ohne die könnten wir gar nicht leben. Aber wenn wir so geschäftigt mit unseren Armen und Beinen, mit unserem Denken, mit unserem Mund, so geschäftigt den ganzen Tag herumwirbeln, dann sehen wir sie nicht, die wahre Natur. All diese Geschäftigkeit überstrahlt das, was wirklich ist. Wir müssen eben das Hinterherrennen aufgeben. Wenn wir gehen, wollen wir immer bald ankommen, um endlich da zu sein. Wenn wir abwaschen, wollen wir bald fertig sein, damit das Geschirr sauber ist. Wenn wir staubsaugen, wollen wir bald fertig sein, damit die Wohnung sauber ist. Wenn wir so leben, verlieren wir die ganze Zeit. Wenn wir abends uns überlegen, wie war der Tag? Was war heute? Was habe ich gemacht und wie war es? Dann merken wir, dass diese Zeit, die wir so gelebt haben, keine erfüllte Zeit war. Wir sehen, dass wir nur Dinge erledigt haben. Sicher, wir haben sie erledigt, aber das, das hilft nicht, das befriedigt nicht. Es war emotional gesehen eben verlorene Zeit. Nur die Zeit, die wir achtsam gelebt haben, das ist die Zeit, in der wir gelebt haben. Und in der Zeit haben wir den Tag genutzt. Und eben deshalb lehrt Tai uns, alles in Achtsamkeit zu machen und damit den Augenblick voll und wahrhaft zu erleben. Es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern wie wir es tun. Den wahren Menschen unserer Buddha-Natur begegnen wir im tief erlebten Augenblick. Es kam einmal eine Nonne zur Hildegard von Bingen und beklagte sich, sie wäre also in den Küchendienst eingesetzt und sie hätte so viel Arbeit in der Küche, dass sie einfach nicht genug Zeit zum Beten hätte. Und da sagte Hildegard von Bingen, meine Liebe, wenn du Jesus nicht beim Braten findest, dann findest du ihn nirgendwo. Tai sagt, das Königreich Gottes ist hier oder nirgendwo. Ist jetzt oder nie. Ich habe die Kaligrafie bei mir über Meditationsplatz hängen. Das Königreich Gottes ist jetzt oder nie. Und wenn ich mich hinsetze, entscheide ich mich für jetzt. Ja, das ist die Art, wie Tai uns lehrt, ein Mensch zu werden, der nicht mehr hinter etwas herläuft. Gut, in gewissem Sinn kommt es uns jetzt einfach vor, in gewissem Sinn schwierig. Es ist in der Tat so, dass wir dieses Hinterherrennen, Hinterherlaufen, dieses Gefühl, uns würde etwas fehlen, denn das steckt ja auch darin. Wir haben das Gefühl, uns fehlt etwas. Wir können es nicht glauben, dass die Buddha-Natur unsere wahre Natur ist, dass die da ist. Es ist alles da. Nur das Hinterherlaufen, das Betteln, macht uns zum Bettler. Weil wir betteln, ohne es nötig zu haben. Dann sind wir Bettler. Wir müssten gar nicht. Es ist schon gut. Wir müssen nur diese schreckliche Gewohnheit, hinter Dingen herzulaufen, aufgeben. Ich möchte mit euch noch ein paar Gedanken über die Meditation teilen. Denn dort führt sich dieses Thema ja fort. Eigentlich ist die Meditation ja eine Übung, in der es sehr leicht sein sollte, jegliches Hinterherlaufen, hinter Zielen einmal sein zu lassen und tief in den Augenblick einzudringen und dort zu verweilen. Eigentlich schon. Meditation beginnt mit einem Gong, endet mit einem Gong. Was gibt es dazwischen zu tun? Ja, was gibt es in der Zeit zu tun? in der Zeit der Meditation? Wir kriegen wenig Anleitung, aber wenn wir hier neu dazukommen, dann lernen alle sehr schnell, dass sie ruhig sitzen sollen und den Mund halten sollen. Das ist offenbar einfach. Das machen sie. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass es schlicht und ergreifend einmal nichts zu tun gibt. Dass es reicht, einfach nur da zu sein. natürlich schon hellwach, nicht räumend. Wach, interessiert, interessiert für den Augenblick, für die Welt, der Welt eben zugewandt und lebendig. In der Grundhaltung alles ist gut. Oder wie unser lieber Lehrer Karl immer gesagt hat, Eiweih, es ist, wie es ist. Natürlich ist die Umgebung manchmal leise, manchmal laut. Alles ist gut. Eiweih. Aber wir können uns das so schwer vorstellen, so schwer akzeptieren, dass das alles ist und dass das das wahre Leben ist. Also verfallen wir in alte Gewohnheiten und denken uns, wir werden doch die Zeit jetzt nutzen, um zum Beispiel irgendetwas zu erreichen, wie keine Gedanken aufkommen lassen oder hohe Konzentration zu entwickeln oder irgend so etwas. Lin Chi hat dazu auch einige klare Aussagen gemacht. Da gibt es eine Gruppe blinder Kahlköpfe, die sich, nachdem sie sich satt gegessen haben, zur Meditation hinsetzen. Sie zügeln ihr Denken und lassen Gedanken nicht aufkommen. Sie können den Lärm nicht ertragen, doch mögen sie die Stille. Ihre Art zu praktizieren unterscheidet sich nicht von der Art, in der Nicht-Buddhisten praktizieren. Der letzte Satz ist interessant. Ich denke nicht, dass das eine Steigerung ist von falsch, sondern er lässt eben gelten, dass es Traditionen gibt, eben nicht-buddhistische Traditionen, in denen tatsächlich dieses Ziel angestrebt wird. Das ist ja bekannt, also zumindest in Indien gibt es die Tradition unter Yogis so zu meditieren. Kann man machen. Aber er sagt klar, das ist nicht unser Weg, das ist nicht Zen. Ja, in Wahrheit hätten wir in der Meditation die wundervolle Gelegenheit, uns und unseren Geist, unser Denken, unsere Gewohnheitsenergien und unsere Ansichten kennenzulernen und anzunehmen. Das ist der ganz wichtige Punkt. Kennenlernen in Richtung Wissen anhäufen bringt es auch wieder nicht. Wir häufen Wissen über uns selber an. Nein, anzunehmen. Einer der großen Verbesprüche der Esoterikbranche ist ja der in Harmonie mit dem ganzen Universum. Das kommt immer gut an. Wir wollen in Harmonie mit dem ganzen Universum sein, mit dem ganzen Kosmos. Aber die bittere Wahrheit ist, dass wir nicht einmal mit uns selbst zufrieden sind. Aber daran können wir arbeiten, gerade in der Meditation. Wenn Gedanken aufkommen, dann können wir uns das mal anschauen. Ja, was für Gedanken kommen denn bei mir auf? Es gibt, in der Meditation ist ja das, wir können das alles im Alltag genauso machen, nur im Alltag ist es schwieriger, weil in jeder Situation einfach auch so viele Anforderungen sind, vielleicht so viel auf uns hereinströmt. Aber in der Meditation ist es eben weniger, ist es reduziert, ist es kontrolliert, sozusagen Laborbedingung. Da können wir uns das einfach mal anschauen. Ja, was für Gedanken kommen auf, die Sirene auf der Straße, was denke ich? Aha, bin ich ein ängstlicher Mensch, der immer gleich sieht, dass bei jeder Kleinigkeit, die nicht nach Plan verläuft, dass da irgendjemand ein schweres Unglück passiert ist? Ja, ich sehe es einfach, was passiert in mir? Und kann diese Dinge, sofern ich mit ihnen noch nicht Frieden geschlossen habe, kann ich mit ihnen Frieden schließen? Ich kann mir eben den Schatten, wie das in der westlichen Psychologie heißt, anschauen, meine ungeliebten Seiten, und kann mit ihnen Frieden schließen? Und die gute Nachricht ist daran, wenn wir mit einer ungeliebten Seite von uns Frieden geschlossen haben, dann werden wir das auch keinem anderen mehr vorwerfen. Also der Frieden beginnt in uns selbst. Es gibt natürlich, was heißt natürlich, aber es gibt noch subtilere Versuche, die Zeit auf dem Kissen zu verwenden, um etwas zu erreichen. Aber es gibt nichts zu erreichen, der zentrale Punkt, dass es ist, dass es nichts zu erreichen gibt. Wir gehen einfach mit dem klug um, was geschieht, was immer das auch ist. Geräusche, das Rascheln des Nachbars, wir hören vielleicht, was die Familie macht, wie sie frühstücken und wie die Ersten gehen, das alles hören wir und lassen es sein. Und vielleicht kommen Gedanken dabei, vielleicht kommen keine, und wenn Gedanken kommen, schauen wir sie an und lassen sie sein. Und wenn wir merken, dass die Gedanken ein Problem für uns sind, dann haben wir mitgekriegt, dass wir ein Problem haben und dann können wir was daran arbeiten. Ja, und um jetzt auf Meister Lin Chi zurückzukommen, ja, wir tun eben nichts, weil wir ja gerade üben, endlich es mal zu schaffen, zumindest in der Meditation, ein Mensch zu sein, der nichts mehr zu tun hat. Einfach zu leben in der Einstellung passt schon. Lin Chi sagt dazu, Freunde, es gibt eine Reihe von Mönchen, welche die tägliche Übung sich nach innen zu wenden, praktizieren, also Meditation, und glauben, sie strebten nach den überweltlichen Dharmas. Sie irren sich. Wenn ihr nach Buddha strebt, verliert ihr den Buddha. Strebt ihr nach dem Weg, verliert ihr den Weg. Strebt ihr danach Meister zu sein, verliert ihr den Meister. Macht diesen Fehler nicht. Selbst wenn ihr imstande wird, mehr als hundert Sutras und Shastras zu lehren, ihr könntet euch nicht mit einem ganz normalen Mönch messen, der als jemand lebt, für den es nie etwas zu tun gibt. Natürlich, wenn wir so in Frieden und Freude sitzen, nichts zu tun haben, Dinge wahrnehmen, Gedanken kommen und gehen, kommen sicherlich auch wieder die Fragen, die großen Fragen der Menschheit wieder hoch, die sich sich sicherlich die meisten von euch stellen, denn sonst wärt ihr ja nicht hier, Fragen wie wer bin ich, wer bin ich wirklich, was ist es, was da lebt, die Fragen nach Leben und Tod, Fragen nach Gott und der Welt, natürlich kommen die und sie dürfen da sein und es ist fein, dass sie da sind und sie werden auch beleuchtet von unserer Achtsamkeit, von unserer Meditation und so wie ein Apfel eine Zeit lang in der Sonne hängen muss, bis er reif ist, so werden auch diese Antworten, die ja schon in Fragen liegen, langsam, Schritt für Schritt reif und es entstehen eben reife Antworten. Vielleicht versteht das nicht jeder, dass man so vorgehen kann, aber Lin Chi sagt einfach und damit möchte ich auch den Vortrag schließen, das Beste ist nichts zu tun, und alles Suchen aufzugeben. Wenn ihr hungrig seid, solltet ihr essen, wenn ihr schläfrig seid, schließt eure Augen. Törichte Menschen mögen über euch lachen, doch der Weiße versteht.